Hey, hallo, Assalamu alaikum und Azulun, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Thmesichs Lernen. In der letzten Episode, erinnert euch vielleicht, ist mittlerweile auch acht Jahre her, ich hatte ein bisschen was zu tun dazwischen, deswegen hat es jetzt ein bisschen länger gedauert, aber heute jetzt die zweite Folge. Und in der zweiten Folge geht es, also kurz, was in der ersten Folge passiert ist, Lektion 1, da ging es um typische Fehler, die wir vermeiden können, zum Beispiel, oder da ging es konkret um den Fehler, dass viele sagen, wenn sie sagen wollen, warte auf mich, Raja-Khefi oder Raja-Khe, wegen dem warte auf mich. Aber auf Thmesich ist es Raja-Yir, 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 warte auf mich. Oder wenn das auch immer noch zu schwer ist für Einsteiger, um zu sagen, warte, kannst du auch sagen, Raja, warte. Also warte, ich komme sozusagen, aber es kann auch so heißen, wie im Deutschen logischerweise, warte, so warte kurz. Wenn jemand sagt, ey, könntest du vielleicht das und das gerade für mich machen, du sagst dann, Raja, warte bitte. Genau. Und heute lernen wir, wie man einfach so einen Smalltalk führt. Also wie man einfach sagt, ey, wie geht's, mir geht's gut und so weiter. Weil es gibt dieses Memchthelidh auf Thashbdant oder Memchthelidh auf Thaklashth und Therifisht. Aber für viele ist das noch schwierig, also für Anfänger, für Fortgeschrittene, für euch gibt es auch noch Lektionen. Bleibt auf jeden Fall dran, es ist auf jeden Fall auch noch genug Lektionen geben. Aber für Anfänger ist es ein bisschen schwierig, dieses Memchthelidh, da sind so zu viele Konsonanten hintereinander. Und das ist für viele einfach ein bisschen anstrengend. Ja, das kann ich verstehen, kann ich verstehen, kein Problem. Was kann man machen, was kann man machen, ja. Du kannst einfach sagen, wenn jemand dich fragt, Memchthelidh und du verstehst das, wie geht's dir? Dann kannst du sagen, Mleh, ich glaube es. Das ist einfach. Oder du kannst sagen, also wenn du es ein bisschen ausschmücken möchtest, ja, du sagst, Mleh, Alhamdulillah. Ja, ichik, wenn du mit einer männlichen Person redest, sagst du ichik lebes. Oder wenn es eine weibliche Person ist, dann sagst du ichim lebes. Ja, also ichik lebes, männliche Person, oder ichim lebes, eine weibliche Person. Und so kann man auf einfache Art und Weise einen kurzen Smalltalk führen. Also ey, wie geht's, mir geht's gut, wie geht's dir? Also nochmal, jemand fragt, ja, Memchthelidh. Und dieses, du willst auch gerne fragen, ich, Memchthelidh oder ich, Memchthelidh. Ach, bar, sah, Memchillan, luar, ich, und so weiter. Und du bist noch nicht so weit. Kein Problem. Fang einfach an mit diesen drei kurzen Wörtern. Mleh, gut. Alhamdulillah. Alhamdulillah ist international, also jeder wird das kennen. Also zumindest jetzt im muslimischen Kulturkreis ist Alhamdulillah jetzt nichts, was man extra lehren muss, ja. Mleh, Alhamdulillah. Echik, lebes. Und du, geht's dir gut? Und du, geht's dir gut? Männliche Person, Echik, lebes. Oder weibliche Person, Echem, lebes. Wenn man mehrere Personen anspricht, dann sagt man, ikneo, lebes, kneo. Ja, wenn das vielleicht noch zu viel ist für den Anfang, dann lassen wir den Plural vielleicht für die nächste Lektion. Genau, das ist jetzt die zweite Lektion. Und ich würde mich freuen, hier, wenn ihr den Kanal jetzt abonniert. In diesem Kanal geht es konkret um Sprachenlernen, hauptsächlich um Smersiach. Mal gucken, vielleicht mache ich auch Arabisch, wenn das Interesse da ist. Vielleicht sogar auch Deutsch für sozusagen nicht-deutsche Muttersprachler. Allgemein wird es um das Thema Sprachenlernen gehen, hauptsächlich um Smersiach natürlich, ja. Also würde mich freuen, wer sich noch erinnert an die Episode 1 vor acht Jahren. Jetzt Episode 2. Und jetzt werde ich auch ein bisschen regelmäßiger hier auf diesem Kanal zum Thema Sprache, beziehungsweise Smersiach lernen, posten. Dann sagt man Posten noch auf YouTube, ja, ne? Okay, dann, ich würde mich freuen. Hinterlasse einen Kommentar da, wenn ihr Fragen habt zum, also welche Sachen würdet ihr gerne wissen, wo habt ihr Schwierigkeiten, was für ein Level habt ihr, also sprecht ihr vielleicht schon ganz gut oder seid ihr so holprig noch, wenn es um Smersiach geht, dann sagt mal so, wie ist euer Niveau und dann kann ich beim nächsten Mal so ein bisschen darauf eingehen. Aber ansonsten fange ich erst mal so bei den absoluten Basics an und erst später werde ich ein bisschen das sozusagen für Fortgeschrittene und so. Insofern sind jetzt viele Fortgeschrittene da. Okay, macht's gut. Peace. Allah'u'maikum.